Jo Leute was geht, willkommen zurück zu Diablo 4. Morgen neuer Patch und allgemein, ihr habt es am Titel schon gesehen, mal ein paar Worte dazu wie sich Diablo entwickelt hat und was Blizzard ganz ganz dringend machen muss. Ich würde sagen wir frühstücken erstmal die Patch Notes ab, ich habe die hier einmal aufgemacht, es wird eigentlich nur ganz viele Bug Fixes geben und hier in der Season, das geht natürlich nur beim Seasonal Character, in Season 1 wird der saisonale Segen für Urne der Aggression von 8% auf 20% erhöht und das war es. Also das war es mit dem Patch, klar ganz viele Bug Fixes, da können wir mal gerade durchgehen, ob mir irgendwas ins Auge springt, Quests, sonstiges, das war es auch schon wieder, also nichts Großes, eigentlich nur für die Leute, die jetzt noch auf Stufe 100 kommen wollen, es ist jetzt auf jeden Fall der perfekte Zeitpunkt, weil es jetzt nochmal einen Extrem-EP-Bonus gibt von 12%, also dann auf 20% und das war es. Also in der Zeit, wo ich hier mal die Leute annehme, können wir darüber reden, was ist mit Diablo los? Ich war jetzt eine Woche im Urlaub und ich habe gesehen auf Twitch, Peaks 700 Zuschauer oder so, also das Game ist, ich will nicht sagen tot, weil es gibt bestimmt noch viele unter euch, die das auch spielen, casual mäßig am Wochenende oder abends ein bisschen. Ich werde sehr wahrscheinlich auch weiter zocken jetzt demnächst nochmal ein bisschen, aber wohin entwickelt sich Diablo 4, wenn die Zahlen so krass einbrechen? Da würde mich auf jeden Fall mal eure Meinung unten interessieren, was ihr aktuell von der aktuellen Lage von Diablo 4 und vor allen Dingen mit der Geschichte mit Blizzard haltet. Ich muss sagen, für mich hat sich gar nicht so viel geändert, ich bin immer noch extrem gehypt auf Season 2, ich glaube Season des Blutes kann, je nachdem was für neue Sachen reinkommen, richtig cool werden. Nochmal von Null anfangen, das ganze Ansehen gedöhnt wird ja dann weg sein, das heißt wir werden komplett alle Paarungen und Punkte sofort haben, ich freue mich auf die ersten Tage mit der Community durchzustarten. Da nochmal ein kleiner Shoutout an den Clan, wenn ihr da mit reinkommen wollt für Season 2, Team Diablo ist dann auf jeden Fall immer noch aktiv, wir haben 60 Mitglieder, bis zu 150 geht das. Wenn ihr da noch einen Clan sucht, kommt da gerne mit dazu. Ich glaube Season 2 wird nochmal ein cooler Boost werden, ich glaube Season 2 wird sehr nice, interessant wird auch zu sein, was jetzt mit Diablo 3 ist, weil dort ja auch jetzt die nächste Season, ich glaube Season 29 oder so reinkommt. Vielleicht kriege ich da auch mal rein, aber wahrscheinlich eher nicht. Aber ich glaube, also für mich persönlich, ich freue mich extrem auf Season 2, wir haben jetzt noch wie viele Tage vor uns? 36 Tage guten Monat, das passt für mich eigentlich perfekt, weil jetzt zwei Spiele kommen, auf die ich Bock habe, die werden den Monat auf jeden Fall überbrücken. Und dann werde ich Season 2 wieder reingrinden, so wie ich es vorher auch gemacht habe, meinen Pulverisierendruiden raussuchen und dann rein in die Season gehen. Ich denke, es ist vollkommen okay, wenn man nicht 90 Tage das Game komplett durchsuchtet. Ich glaube, dafür fehlt noch zu viel Content, um das zu gewährleisten. Ansonsten könnte man natürlich in der Season noch ein paar Builds ausprobieren. Ich habe ja schon den einen oder anderen Build vorgestellt, gerade mit den Herzen gibt es da bestimmt noch den einen oder anderen Build, den man ausprobieren könnte. Hier zum Beispiel mal ein Magier-Bild. Wenn ihr da noch irgendwelche Klassen offen habt, die ihr bisher noch nicht gespielt habt, jetzt mit dem 20% Boost, macht das natürlich auf jeden Fall Sinn, da nochmal reinzuschauen. Das heißt, für alle, die jetzt nochmal Season 1 neu erfahren wollen, macht euch vielleicht einen Hardcore-Charakter, startet nochmal neu rein. und genießt nochmal Season 1 ohne die blöden Vorurteile oder dieses blöde Gerede, dass alles so schlecht ist. Trotzdem immer noch ein geiles Game, können wir gerade gucken, wie viele Stunden Spielzeit habe ich mittlerweile. 557. Also mit 500 Stunden habt ihr da auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich bin immer noch der Meinung, ich sehe das immer noch nicht so eng wie die allermeisten. Season 2 wird ganz cool und ich hatte auch mit Season 1 und auch Preseason extrem viel Spaß. Das Ansehen ist weg und es kommen ja auch immer wieder neue Updates. Außerdem soll jedes Jahr ein DLC kommen, das heißt ein richtig fettes Update. Jedes Jahr, das heißt nächstes Jahr im August, September, nee August, Juli, August so ungefähr, wird dann wahrscheinlich ein Annual DLC kommen. Und das wollen die bei Blizzard komplett vorführen, das haben die schon announced. Und jedes Jahr wird es ein fettes Content Update geben, DLC, wahrscheinlich kostenpflichtig. Und da habe ich Bock drauf, also da können auch richtig, richtig coole Sachen reinkommen. Bis dahin kann das Spiel nochmal richtig schön gepolisht werden. Eine Sache will ich noch ansprechen, die kam jetzt im Urlaub, die ich extrem komisch finde. Und da würde mich mal eure Meinung interessieren. Ich frage mich, also wie oft hat Blizzard jetzt schon irgendwie Bugfixes reingebracht mit irgendeinem Update? Das kenne ich so von keinem anderen Spiel. Also es gibt Spiele, die hätten es bitterlötig. Aber dass so extrem viel Bugfixes kommt, ey wie kaputt war das Spiel denn, als das so released wurde? Also der Call mit, dass das am Anfang eine Beta war, als das rauskam, ist gar nicht so verkehrt, würde ich fast sagen. Und dann noch eine kleine andere Frage an euch. Wollt ihr noch mehr Diablo-Content haben, mehr Builds, mehr News, mehr Informationen zu Diablo? Oder sagt ihr, ey bis Season 2, Lu, reicht jetzt erstmal, konzentrier dich auf andere Sachen. Ähm, Season 2, da können wir wieder richtig schön rein starten. Oder wollt ihr weiterhin, so wie bisher, noch mehr zu Diablo hier auf dem Kanal sehen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, sowohl eure Meinung zu Season 2 oder zum aktuellen Spiel. Und ob ihr noch mehr Diablo-Content sehen wollt oder auch gerne mal hier und da mehr anderes Zeug. Jetzt gerade in der Urlaubsphase kam ja viel anderes Zeug. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Selber ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.